hallo und herzlich willkommen zu einem neuen just bring it podcast und einem podcast der mir wieder sehr im herzen liegt denn wir sprechen über einen film der mich im kino begeistert und bewegt hat heute sprechen wir über ghostbusters legacy den neuen ghostbusters film der thematisch an die alten filme aus den 80er jahren anschließt das ganze 32 jahre nach dem zweiten teil von ghostbusters und der den film von 2016 einmal komplett ignoriert original titel des films ghostbusters after life warum hier wieder der wechsel stattgefunden hat bei fürs deutsche muss man nicht verstehen werde ich auch nicht verstehen das ergibt für mich keinen sinn warum ich einen englischen titel auf einen englischen titel wechsel und dann auch noch von after life zu legacy weil da macht er eigentlich jetzt ist jetzt kein thema oder kein begriff der irgendwie eine geschichtliche position hat der vielleicht ein schlechtes geschichtliches thema hat das so deswegen die wechsel macht aber die verleihe werden schon wissen was sie dazu ja groß passt das drei haben wir im grunde hier groß passt das legacy ich war sehr neugierig auf den film ihr habt das vielleicht mitgekriegt bei der trailer analyse schon dass ich sehr gespannt war was wir hier kriegen ja und jetzt die frage was haben wir gekriegt einmal haben wir gekriegt ein film der so eine mischung ist aus grusel horror aus komödie und aus geisterjagd also das was wir von einem ghostbusters film erwarten aber dann haben wir noch etwas gekriegt was sich in dieser form nicht erwartet hat denn wir haben eine homage an einen verstorbenen schauspieler gekriegt die ich in dieser größe und dieser qualität bislang noch nicht erlebt habe alles voran bevor wir weiter bin für uns sprechen hier wird es komplett zu spoilern kommen das heißt wenn ihr den film noch nicht gesehen hat guckt ihr euch zuerst an es lohnt sich und wenn ihr könnt guckt in dem kino denn auch schon die effekte die musik die stimmung kommt natürlich im kino besser rüber und wir müssen die kinos noch ein bisschen fördern weil die haben ja auch in der krone situation ziemlich gelitten und was neue studien sagen und den neuen infektionen die es in sachen corona gibt es sind maximal zwei prozent aus dem kinobereich das heißt auch da sind ja relativ sicher im gegensatz zu anderen einrichtungen ob es jetzt restaurant ist club ist oder sonstwas also spoiler alarm es wird ja komplett zu spoilern kommen ich habe schon gesagt der film ist eine große homage an einen schauspieler denn die homage geht ja an den schauspieler harrod ramus der den igan spangler gespielt hat der ja den ersten ghost pas das film komplett mit geschrieben hat also drehbuch mit geschrieben hat und dann auch mit produziert hat soweit ich weiß der weitere tolle filme gemacht hat wie täglich grüßt das murmel tier oder ich glaube nicht knutscht ein elch war der andere soweit ich weiß und dieser harrod ramus hatte auch die idee zu ghostbusters 3 hat immer daran geschrieben konnte es aber nicht beenden weil er 2014 an einer autoimmunerkrankung verstorben ist deswegen konnte er leider nicht in diesem teil hier dabei sein aber irgendwie war er dann doch dabei und darüber werden wir gleich sprechen lasst uns erstmal über die story reden wir haben hier eine geschichte von einer familie die leider vollkommen pleite ist also keinerlei geld mehr hat die aus ihrer wohnung rausfliegen und die dann in das haus des großvaters ziehen der kurz vorher verstorben ist die familie besteht aus der alleinerziehenden mutter kelly gespielt von carrie coon wie ihr vielleicht aus the leftovers kennt und dazu gehören die beiden kinder phoebe und trevor wie gesagt die beiden erben das haus des vaters in sommerville kelly ist zu ihrem vater vollkommen entfremdet weil er sich sehr distanziert hat sehr von ihr entfernt und zurückgezogen hat und deswegen hat sie auch keinerlei gutes wort über den vater zu verlieren und ja muss trotzdem jetzt in sein haus kommen sein haus ist nicht nur ein haus sondern eine farm die auch von den anwohnern der kleinen stadt sommerville als dort farm und er somit als dort farmer bezeichnet wird weil er seine farm immer wieder die felder bearbeitet hat aber nie irgendwas angepflanzt hat was die leute natürlich nicht verstehen und es ist deswegen eine reine dreck farm ist es steht nichts da außer wie man im trailer sieht ein paar maisfelder aber die gehören vielleicht doch zur nachbarfarbe das weiß man nicht so genau die beiden kinder gehen in die sommerschule wir haben einmal phoebe phoebe ist so der in der familie ein junges mädchen ich weiß gar nicht wie alt sie ist die schauspielerin mckenna grace ist jetzt glaube ich 15 jahre alt geworden die kennt ihr vielleicht noch als die carol danvers aus captain marvel als kind die hat sie gespielt die geht hier in die schule als nerd als wirklich intelligentes kind und lernt hier auch mit podcast mit einem mitschüler einen neuen freund kennen weil ihre mutter hat ja schon gesagt guckt dass du neue freunde findest und das funktioniert ja auch und podcast wird zu einem der ich glaube lustigsten zeitkicks den ich in den letzten jahren erlebt habe denn in diesem film ist wirklich so nicht alle figuren sind hauptfiguren sondern wir haben so ein paar zeitkicks dabei die aber auch einfach spaß machen dann haben wir ihren bruder trevor trevor ist der teenie quasi aus seiner welt gerissen wird in ein neue reingeworfen wird und hier erwachsen werden soll der da einen job annimmt in einem fast food restaurant würde ich sagen und er wird gespielt von wohl langsam find wohlfahrt in wohlfahrt kennt ihr aus stranger things oder den neuen s verfilmung dann haben wir in der schule noch den lehrer mister grübers und der sowohl lehrer ist als auch geologe sich für geologie interessiert der soll die schüler unterrichten hält es damit so ein bisschen wie wir das alle aus der schule kennen weil es er spielt gerne mal einen film und vielleicht nicht gerade die besten filme sondern er wählt so filme wie kujo also was den king verfilmung und auch chucky über die mörder popper die kennt ja auch dieser lehrer wird gespielt von paul rott kennen wir zum beispiel aus and man paul rott der sehr sympathische und sehr lustige darsteller der auch dieses hier wieder ausnehmen darf in sommerville was wieder um zu seiner rolle passt auch immer wieder erdbeben auf und das obwohl sommer will weder auf einer elektronischen platte liegt noch ist irgendwelche vulkanische aktivitäten umgebung geht und das ist natürlich so dieser reizpunkt wo man weiß hier ist irgendwas über natürliches und werke und das ist genau was wir hier auch erleben werden und dafür finden die kinder auch in ihrem zuhause die ausrüstung der ghostbusters wieder was schon mal sehr interessant ist und die geschichte die sich weiterentwickelt ist dann wirklich wie die kinder sich mit diesen artikeln mit diesen werkzeugen zurechtfinden und damit entsprechend umgehen und das ist das was über den film erleben dabei eine kleine entwicklung einer coming of age geschichte eine erwachsen werden geschichte und auch der umgang mit verlusten und auch mit ja dem distanziert sein zu familienmitgliedern auch das haben wir dann lasst uns einen blick auf die produktion werfen bei diesem film war jason reitman jason reitman ist auch regisseur bei think of the smoking oder juno gewesen und jason reitman ist niemand anders als der sohn von even reitman und even reitman ist der regisseur der ursprünglichen ghostbusters film jason reitman war auch bei den alten ghostbusters film schon beim set hatte im zweiten ghostbusters film sogar eine kleine rolle und jetzt war die rolle umgekehrt sein vater beim set hat ihn begleitet war beim dreh dabei war beim schnitt dabei und man merkt auch so ein bisschen dass da doch die einflüsse noch etwas reingegangen sind aus den alten filmen aber jason reitman hat auch bei den pressevorführungen wie man gehört hat ganz klar gesagt der film der hier entstanden ist ist ein film von einer familie für eine familie und dabei noch über eine familie und das merkt man den film auch an der muss es einen sehr herzlichen film der hat sehr viel charakter entwicklung auch zu erzählt sehr viele figuren und starstellt und so weiter lasst uns mal über die neuen figuren sprechen wir haben wie gesagt einmal phoebe phoebe ist so die eigentlich die hauptfigur des films sind zwar eigentlich die ganz kinder da kinder und jugenddarsteller die hier wichtig sind aber phoebe ist so die spezielle hauptfigur des films sie ist auch die figur die hier haus hier raus bricht also mckenna grace die schauspielerin die hat hier die mit hier so viel präsenz ein für so eine junge darstellerin was unheimlich gut ist sie schafft es auch szenen großartig darzustellen in denen sie komplett alleine ist wo sie mit jemandem kommuniziert der einfach nicht da ist die gute hat schon mit fünf jahren angefangen filme zu produzieren und nicht zu produzieren zu drehen und dementsprechende erfahrungen gesammelt sie tritt im grunde das inhaltliche erbe ihres großvaters an und hier wollen wir direkt mal spoilern wer der großvater ist der großvater ist nämlich niemand anders als egan spangler der ja mittlerweile haben eben gesagt herald ramis ist verstorben also egan spangler auch und der ist halt auch hier im film die person die verstorben ist der opa der verstorben ist und sie nimmt sein erbe auf sie ist halt die wissenschaftlerin sie versteht was er gebaut hat was er entwickelt hat und sie hat auch szenen mit ihrem verstorbenen großvater und zwar nicht so dass wir ihn die ganze zeit sehen sondern wir sehen zum beispiel ein schachspiel wo sich die schachfiguren bewegen wir sehen lampen die angehen ihren ein weg leuchten wo sie hin soll wir sehen dann ein versteckt mit großvaters utensilien wo dann wiederum interaktion mit dem großvater stattfinden also unheimlich schön dargestellt wie sie da interagiert und auch kommuniziert das hat mir sehr gut gefallen die nächste figur aus dem neuen team ist dann ihr klassenkamerad der sich nur als podcast zeichnet weil er einen podcast über übernatürliche themen hat und das ganze mal so ein shakes die mäßig auch aufnimmt immer so ein bisschen größe mäßig und ich glaube der ist seit jahren so der beste zeit kick den ich erlebt habe in dem film war normalerweise hat man mittlerweile dass alle filme so ensemble filme sind werden man nur hauptfiguren und hier ist wirklich ein typischer zeit geht er bringt immer mal wieder online rein oder wieder witze rein macht so kleine zusatzaufgaben ist ein bisschen der helfer der unterstützer des ganzen und das gefällt mir hier sehr gut muss ich sagen das hat man wirklich gut gemacht und das hat auch wirklich spaß gemacht sich das anzugucken weil die das einfach einfach gut verpackt hat muss man sagen also diese figur macht einfach spaß und deshalb auch die ganze zeit dabei dann haben wir ihren großen bruder trevor der als jugendlicher halt hier in der geschichte ist der sich hier als jugendlicher in der neuen welt zurechtfinden muss und das kennen wir alle als jugendlich in eine neue umgebung kommen das ist halt immer so ein bisschen schwierig neue freunde finden am anfang wird er hier auch so ein bisschen belächelt weil er direkt sich in ein mädel fahrguckt in die lucky in dem fast food restaurant wo er dann später arbeitet und halt immer so ein bisschen die drecksarbeiten macht damit sich aber auch deren respekt so ein bisschen verdient und dann auch mitgenommen wird auf ausflüge das heißt er wird von denen der blech wird zu einem wirklichen freund er findet hier neue freunde und kommt dann auch lucky so ein bisschen näher lucky ist die tochter des sheriffs auch wieder eine schöne verquäkung und ja damit auch die vierte hauptfigur unter den kindern jugendlichen lucky ist sie wie gesagt die kollegin die freunde für trevor und sie wird halt auch ein teil dieser ghostbusters clique sagen wir mal und wird später auch noch eine größere rolle ein und dann haben wir natürlich auch die erwachsenen wir haben einmal die mutter kelly die wie gesagt hier diese schlechte beziehung zu ihrem vater hat weil er sie so ein bisschen aus ihrer sicht hat fallen lassen und dementsprechend auch dieses diese stimmung so verkauft sie trifft zum beispiel gerade als sie frisch im haus sind auf eine uns bekannte figur aus den alten ghostbusters film nämlich auf janine auf die die mit mit dem guten igel damals eine romantische beziehung hatte würde ich sagen im ersten film und entsprechend dann hier auch dargestellt wird als deren dessen einzige freundin wobei man da noch nicht vom namen spricht sondern sie nur sagt ihr vater aber das kann man sich an die alten filme kennt so ein bisschen herleiten kann man natürlich auch dann wenn man danach das ganze hört und ein paar bilder sieht auch mit den neuen filmen verstehen ja kelly hat hier die rolle wie gesagt ihre kinder aufzupassen bindet baut aber auch neue bindungen auf und zum beispiel lernt sie den den lehrer mr gubersen kennen wo sie am anfang ihn noch fragt in der schule wer ist denn so verrückt in den sommerferien hier zu unterrichten das ist natürlich er das heißt hat sie das erste fettnäpfchen betreten und die beiden kommen sich dann auch mit der zeit näher weil er als sagt er kann die tochter so gut verstehen sie versteht ihren sohn gut und dadurch bildet sich so eine kleine eigene dynamik zwischen den beiden die gehen auch zusammen essen und sowas also eine ganz schöne ganz schöne liebesgeschichte die hier auch nochmal aufgebaut wird das schon ganz schön gemacht ist auch nicht zu kitschig ist wirklich süß gemacht so ein bisschen unsicher die beiden auch zueinander und das macht schon spaß das zu sehen ja und mr gubersen der gute paul rodd ist halt hier so der der lustige oder alberne erwachsenen das ist so der große sympathieträger im film und es ist auch durchaus nachzuvollziehen warum der mann als sexiest man alive dieses jahr gekürt wurde weil so wie er auftritt kann man das sehr gut nachvollziehen er ist derjenige der hier noch ein bisschen mehr witz reinbringt er macht jede szene witziger und er bringt auch emotionen rein das heißt das was er zu zu caddy aufbaut die beziehung die er zu den kindern aufbaut das ist halt einfach etwas was hier spaß macht und im laufe des films wie gesagt kommen die beiden sich näher und die beiden nehmen auch eine wichtige rolle ein die wir fürs finale brauchen auch da reden wir gleich noch grundsätzlich zur erzählung des films wir haben im grunde hier nicht diesen typischen groß was das film wollen wir ja haben das große böse gegen das gekämpft werden muss wir haben im ersten teil ja gehabt die entwicklung der wissenschaftler zu den geisterjäger dann haben wir im zweiten teil gehabt die bewahrung als geisterjäger das zeichen wir sind noch da wir helfen euch auch wirklich und hier haben wir jetzt einen komplett anderen ansatz wir haben nicht die geisterjäger als fokus ja wir haben als fokus hier eine coming of age geschichte und eine familiengeschichte das heißt wir haben einmal trevor der vom jugendlichen zum erwachsen werden muss wir haben phoebe die in die fußstapfen ihres opas trifft und entsprechend da auch sich weiterentwickelt und wir haben dazu wieder noch die mutter die so ihre beziehung zum vater auch nochmal überdenken muss die hat auch da wieder draus lernt also viele entwicklungsstufen in diesem film und dafür hat man sich auch unheimlich viel zeit genommen wir haben nämlich in dem film am anfang eine einstiegszene wo wir eine wirkliche grusel und horrorszene haben mit dem tod des großvaters wo dieser verfolgt wird und dann halt auch von einem geist entsprechend erwischt wird in seinem zuhause in seinem sessel und da haben wir schon kleines foreshadowing denn da haben wir die hände die wir aus dem ersten teil kennen die im ersten teil unsere weibliche hauptfigur die damals zum entsprechenden torwächter wurde was wir damals gepackt haben und die haben wir hier auch wieder die den großvater packen und der entsprechend da auch verstirbt an dieser stelle und danach haben wir ich glaube eine dreiviertel stunde zeit in der nur charaktere entwickelt werden es wird die geschichte erzählt dass die familie in ihrem neuen zuhause ankommen nachdem sie es heute verloren haben wird die geschichte erzählt wie die kinder neue freunde finden müssen neue beziehungen aufbauen müssen auch die mutter neue beziehungen neue freundschaften aufbauen muss es wird die geschichte erzählt wie die kinder in die rolle der ghostbusters rein wachsen und das auch mit dieser typischen tollpatschigkeit der ghostbusters sie zerstören einfach teil einer stadt weil sie einen geist jagen das ist dann der erste geist den wir sehen das ist wirklich fast eine dreiviertel stunde später und verursachen so ein bisschen chaos das ist wieder so typisch ghostbusters aber man merkt die geschichte hat im fokus die charaktere und das ist halt sowas was man von dem regisseur einfach merkt weil unser regisseur der jason whitman das ist halt charakter regisseur wenn man think you for smoking gesehen hat oder juno gesehen hat da sind die charaktere im fokus und das merkt man ja auch die charaktere werden gut aufgebaut und es ist alles charaktere die funktionieren also alle neue charaktere funktionieren hier einwandfrei und jetzt haben wir die ganzen über die neuen leute gesprochen was ist denn mit den kameos sie haben alle schon gehört es gibt kameos sind ja gastauftritte es gibt mehrere gastauftritte im film und ich finde die durchgängig gut gesetzt wir haben einmal wie gesagt jetzt habe ich ihren namen schon wieder vergessen janine die einfach nur als freundin von dem großvater auftritt die gar keine große rolle hat die das haus zeigt die so ein bisschen das bindeglied zwischen den großvater der tochter ist ja so ein bisschen ihr auch zeigt ihr großvater war nicht so schlecht er hatte halt auch noch eine gute freundin zumindest und auch die alten ghostbusters werden wirklich gut eingesetzt also wir haben den akreuth als way stands wir haben bill murray als peter wankman wir haben ernie hubsen als winzen hudson als winzen sedmore und die drei tauchen zwar am ende auf haben auch einen gewissen wichtigen teil neben aber den schauspielern die neuen figuren nicht komplett das spotlight weg natürlich wird es kurz auf sie übergeblendet aber am ende sind wieder die neuen figuren das wichtige in dieser aufnahme darum geht es ja wohl dass in diesem film die neuen figuren wirklich das wichtige sind die alten natürlich als teil wieder dazu kommen und wir haben auch verknüpfung zu den alten geschichten wir haben zum beispiel ray der als telefonkontakt für phoebe dient und den wir in seinem buchladen sehen in seinem okkulten buchladen diesen buchladen kennen wir noch weil er den ja betrieben hat in der zeit wo die ghostbusters quasi verboten wurden in den alten filmen und das wird hier wieder aufgegriffen wir haben bei ray ein kleines ein kleines gimmick auf seinem unterarm hat er eine tätowierung von einem bibelfest über das ende der welt ich bin mir nicht ganz sicher ob das nicht auch der gleiche ist der am eingang steht von der farm von egan es könnte sogar sein dass es der gleiche war und ray baut hat auch die geschichte auf der sagt dass sich auch egan von den anderen ghostbusters entfremdet hat das heißt er das ganze material mitgenommen und hat sich von denen entfernt und entfremdet und hier ist halt die frage hat man hier vielleicht auch eine geschichte aufgegriffen denn auch ramus und bill murray hatten sich ja mal eine zeitlang entfremdet und bill murray ist ja wie man in der doku auf netflix sehen kann wo kurz vor dem tod von harrod ramus noch zu ihm gekommen und die beiden haben sich wieder versöhnt bevor er verstorben ist was auch eine unheimlich schöne geschichte ist und vielleicht hat man das hier auch so ein bisschen unterschwellig mit eingearbeitet könnte sein aber der gesamte einsatz der alten ghostbusters wurde entsprechend für mich gut umgesetzt natürlich nehmen sie kurz spotlight weg aber sie sind nicht der fokuspunkt mit denen hier das ganze aufgelöst wurde lasst uns kurz auf die effekte blicken wir haben eine mischung aus cgi und praktischen effekten das heißt ihr seht die höllen hunde die sehr ähnlich aussehen zu den früheren wenn die so in den standaufnahmen sind scheint es praktischer effekt zu sein natürlich wenn sie laufen oder so sind sie per cgi drin oder auch wie bereits erwähnt der sessel mit dieser hand die rauskommt das wirkt auch wie ein praktischer effekt so dass wir auch da so ein bisschen die mischung haben die alten effekte und die neuen effekte das heißt dieser übergang wurde entsprechend auch gut genutzt und man hat uns nicht mit cgi zugehauen wir haben zwar einige gute effekte aber es geht nicht nur um cgi sondern auch um die alten effekte und auch um die gesamte nostalgie und die nostalgie ist ein wichtiger punkt drin und da ist halt immer die frage funktioniert die nostalgie auch für die leute die es neu schauen wir haben zum beispiel das pke meta das wurde am anfang eingeführt als der großvater gejagt wird und das ausschlägt bei dem geist und diese szenerie dass es immer bei dem geist ausstieg wird immer wieder aufgegriffen auch wenn der großvater das schachspiel bewegt das pke meta los und so weiter und ich finde hier wird gut erklärt im film wofür dieses gerät gut ist das heißt man muss sich die alten filme kennen um das hier zu verstehen das heißt das funktioniert komplett unabhängig von den alten filmen und es ist ein super mittel um eine art kommunikation mit dem opa oder dem fahrzeug darzustellen weil auch die mutter nutzt es ja noch mal zur kommunikation dann haben wir die geister falle die am anfang eingeführt wird wo der großvater etwas gefangen hat und die falle versteckt und die wird danach wieder aufgegriffen und dann haben wir einmal parod der so ein bisschen die erklärschiene hat der hat erklärt was es ist das ist ganz gut für die dies nicht direkt auf den ersten blick verstehen und danach wird dann nochmal gezeigt wie ein geist eingefangen wird auch das ist gut gemacht dann wird uns die verbindung zu den alten ghostbusters gezeigt über diese youtube-videos heißt wir kriegen einen direkten verweis auf die alte geschichte wir haben diese hölzernen ghostbusters aus den videos was auch wirklich gut dargestellt ist auch das hat mir so gut gefallen dann haben wir die mini marschwell aus die einfach als geg drin sind wir haben die die rutsche im schuppen die ich jetzt nicht so gut fand weil ich das wissen albern finde dass das so eine rutsche ist ich fände es so eine klappe irgendwie so einen versteckten eingang hätte ich besser gefunden und wir haben den acto 1 natürlich der mit drin ist und wir haben auch wieder die höllenhunde die höllenhunde die bereits im film erklärt werden in dem relief da an der wand das heißt die werden wirklich komplett neu eingeführt ich glaube da wird auch gesagt dass die zwei seelen brauchen quasi damit die zum leben erweckt werden bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube das war so und wir haben die schandormine und die schandormine ist sehr interessant die wurde im ersten teil und ghostbusters schon von igien erwähnt und igien erzählte da halt dass ivan shangor und seine sekte ein ritual durchführen wollen womit sie die welt quasi das ende der welt herbeiführen wollen und das ist halt genau das was hier wiederum aufgegriffen wird in diesem teil ja was soll man sagen der film besitzt ganz viel fanservice aber ich finde selbst wenn man die alten filme nicht kennt kann man den neuen film begreifen ohne auf altes wissen zurückzugreifen und er ist halt ein liebesfilm er ist ein liebesfilm an die alten filme ersten liebesfilm an die fans der alten filme aber auch ohne das wissen kann man den film einfach genießen lasst uns über das große finale sprechen im finale haben wir natürlich den großen entgegner der große endgegner ist ja gleich wie ein ghostbusters 1 das kann man schlecht finden vielleicht aber auch nicht weil ich finde man hat es hier gut umgesetzt weil der endgegner auch daraus gelernt hat wir haben als endgegner nämlich gozer gozer der vernichter gozer ja geschlechtslos wie er auch da noch mal in der rolle sagt es wird ja er noch sie und ich finde gozer wirkt viel bedrohlicher als im ersten teil und gozer schafft es zum beispiel sich von einem protonen strahl zu befreien also von den protonen strahlen ja das finde ich schon mal sehr gut und wir haben die endszene die sieht sehr ähnlich aus wie die anfangsszene was heißt wir schließen so einen kreis dass vielleicht auch am anfang gozer igeln gejagt hat vielleicht oder ein anderer vertreter von ihm könnte auf jeden fall sein und wir haben halt hier ein ende mit herz wir haben also erstmal die szene dass die kinder quasi gegen gozer kämpfen und da zurückgeschlagen werden dann tauchen die drei alten ghostbuster auf kämpfen mit gegen gozer können sich aber auch nicht gegen ihn oder es durchsetzen und dann kommt es zum zusammenspiel dann kommt phoebe dazu die mit gegen gozer kämpft und dann wird phoebe als sie langsam wirklich zurückgedrängt wird unterstützt von dem geist ihres großvaters und das war etwas was mich sehr stark im herz berührt hat dass man hier herald ramus als geist noch mal reingebracht hat und dadurch dass er halt diese durchsichtige gestalt hat und auch nicht redet hat das unheimlich gut funktioniert für mich zumindest das heißt wir haben hier eine vereinigung der alten ghostbuster jetzt mit dem neuen mit phoebe dann kommt hinzu noch dass die rettung des ganzen natürlich nicht durch die alten ghostbuster passiert solch eine neue crew nämlich haben einmal phoebe die mit hilfe ihres großvaters die alten ghostbusters rettet wir haben dann den podcast der die technik wieder in griff bringt und dafür sorgt dass trevor auch in den kampf eingreifen kann und wir haben trevor der es schafft die kondensatoren auf dem grundstück zu aktivieren denn das gesamte grundstück hat igel als eine große geister falle aufgebaut das heißt in dem dreck des bodens sind überall geister fallen versteckt deswegen wächst da auch nichts und das gesamte grundstück ist eine große geister fall und mit den kondensatoren wird der strom erzeugt um alle fallen zu aktivieren und diese fallen werden von der mutter von kelly eröffnet und somit haben wir alle wichtigen figuren die neu eingeführt wurden die hier das finale erreichen und die dafür sorgen dass goza hier eingefangen wird und goza wurde im ersten teil nach meinem wissen nicht eingefangen sondern nur in anfang geschrieben vertrieben tippe ich mal ein bisschen wie bei es diese geschichte und hier wurde goza final eingefangen und das ist halt auch die verbesserung zum ersten mal also im grunde haben wir zwar cameos der alten groß passt das aber das finale den großen sieg holen die neuen figuren und werden nur von den alten unterstützt und das finde ich sehr schön gelöst und hat auch den auftritt von und herr ist von dieser rückkehr als geist das war unheimlich schön auch dieses dieses eingestehen der groß passt das zueinander dass sie ihn vermissen dass es ihnen leid tut das passiert ist und so weiter das ist unheimlich schön verpackt das muss man einfach sagen ist es hat mir auch die ein oder andere träne mehr aus den augen holt als ich vielleicht vorher bei den filmen gedacht hatte also unheimlich schön gemacht und deswegen von mir die klare empfehlung das sich anzugucken gerade wenn man vielleicht die alten filme auch mochte und wenn man vielleicht wie ich auch igen sehr gerne mochte denn igen war immer meine lieblingsfigur der groß passt was ich mochte den sehr gerne deswegen ist es auch der einzige funko pop von ghost pastors den ich habe damit ist der film zu enden damit haben wir die endgeschichte des films gesehen wir haben also eine neue gruppe die sich gebildet hat wir haben den abschied von igen der sich auch von seiner tochter noch mal verabschiedet die auch vorher erkannt hat dass er doch nicht so schlecht war sondern sich immer mit ihr beschäftigt hat überall bilder von ihr hat und da haben wir auch einen abschluss ja und dann kommen wir in etwas was wir in der heutigen zeit leider viel zu oft haben was ich nicht zwingend brauche die post credit 10 die hätte man für mich hier weglassen können weil für mich war das ein schöner abschluss und da haben wir in der ersten szene hier auch noch mal spoiler die rückkehr von dana von sigoni weaver und peter wenkmann die quasi sein hellseher spiel aus dem ersten teil spielen wo er immer den hübschen frauen alles bestätigt hat dass sie es richtig machen den männern ein strumschlag verpasst hat hätte ich nicht gebraucht das war reiner fanservice das hatte null sinn das ganze und das zweite war dann dass winston quasi das alte ghostbusters haus wieder gekauft hat und winston ist hier derjenige mit dem geld und hier der act 21 nach hause kommt und man im keller quasi das ghostbusters gefängnis jeder das geister gefängnis sieht natürlich nicht großbusters gefängnis und das aussieht als sollte jemand ausbrechen und das sollte natürlich darauf hin dass wir eine fortsetzung kriegen können ich brauche keine fortsetzung muss ich ganz ehrlich sagen für mich war das ein gelungener abschluss der reihe und damit möchte ich auch zu meinem fazit kommen für mich hat man hier eine trilogie die in den 80er jahren begonnen hat mit diesem film in der perfekten form zu ende gebracht wir haben neue figuren eingeführt war meine schöne geschichte erzählt wir haben die alten ehrenvoll aus dem film gelassen ob sie verstorben sind oder nicht und haben damit wirklich einen idealen abstoß seiner trilogie geschaffen die neuen charaktere stehen im fokus die neuen charaktere sind das wichtigste auch wenn sie zwischendurch mal durch die alten überschattet werden bleiben sie trotzdem der fokus der geschichte und auch die cameos waren alle gut gesetzt und stehlen nicht dauerhaft die schuhe der neuen figuren und für mich ist es glaube ich nein das ist nicht glaube ich es ist die beste homage an ein verstorbenes schauspieler die ich hier gesehen habe die mich zu tränen gerührt hat und die mir einfach freude gemacht hat ich habe zu meiner frau direkt gesagt nach dem film ich könnte mir den direkt noch mal im kino angucken also ganz klar für euch eine klare schauempfehlung sowohl für die die alten guzpas das film mögen als auch für die die generell solche art von film mögen ihr versteht den film auch ohne die ganze hintergrund information und schaut ihn euch an schaut ihn euch im kino an unterstützt die kinos und genießt was ist dort geboten das war unser podcast von heute ghostbusters legacy das thema ich hoffe euch hat er auch gefallen könnt gerne dazu einen kommentar hinterlassen bei youtube oder auch bei twitter je nachdem wer möchte und für uns beim nächsten mal wieder macht's gut bis dahin